Bernhard Jagst Ein Krieger sein Gelesen vom Autor selbst Vorwort Frank Klinkert Liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer Eigentlich wollte ich schon immer dieses Buch schreiben Habe an vielen Stränden von Neuseeland gesessen Aufs Meer geschaut und Zeile um Zeile zu Papier gebracht Obwohl mir dann Autoren und Lektoren empfahlen Mit einem Sachbuch zu beginnen Das eher Inhalte wissenschaftlich und gut aufbereitet wiedergibt Habe ich mich dagegen entschieden Wollte lieber meiner Linie treu bleiben Wollte eher etwas spüren lassen Wollte dich an meiner langen Reise nach Neuseeland teilhaben lassen Zu den Ureinwohnern dieses Landes Die mich fasziniert und inspiriert haben Die Reise führt uns zu Menschen Die mich Traditionen lehrten Und damit eine Verbindung zu ihnen herstellten Die noch heute fest verankert ist Ihre Namen habe ich verändert Aus den Inspirationen verschiedener maorischer Traditionen Und denen der Kampfkunst Entwickelte sich ein Sportprogramm Das sich erfolgreich in Europa verbreitet Gerechnet habe ich damit nie Diese Geschichte ist wirklich passiert Soll bewusst nicht sachlich sein Sondern steckt voller Emotionen Viele Emotionen Weil ich es auch für meinen Sohn geschrieben habe Der in Neuseeland lebt Und dem ich erklären möchte Was Aroha für mich bedeutet Und warum ich mich auf den Weg gemacht habe Ein Krieger sein zu wollen Der nicht kriegerisch ist Sondern die Stärke besitzt Alles geben zu können Für viele Menschen Für mich Und vor allem Für ihn Ich lade dich ein In meine damalige Gefühlswelt Und würde dich gerne Für einige Momente Aus deinem Alltag entführen Ich wünsche Viel, viel Freude dabei Ich wünsche dir Prolog Kriegerinnen und Krieger Ich stehe auf der Bühne und vor mir die vielen Menschen, die sich mit mir im Rhythmus bewegen. Die Kraft strömt durch meinen Körper und immer mehr kribbelt es auf meiner Haut. Für acht Wiederholungen im Takt der Musik ist jede Faser meines Körpers angespannt, um sie dann wieder loszulassen und die Entspannung zu spüren. Ich bewege mich weich in den Grundschritt hinein, ein Fuß nach rechts und wieder zurück, ein Fuß nach links und wieder zurück. Jetzt das Schild. Ich bringe meinen Unterarm vor meinem Körper in Stellung, gerade so, als würde ich ein Schild vor mir tragen, halte es fest und schütze mich. Dann wieder lasse ich einfach los und öffne sanft einen imaginären Vorhang, stelle mir vor, wie ich dahin schwebe. Die speziell komponierte Musik hilft mir noch mehr in die Bewegungen und versetzt mich in eine Stimmung, noch mehr von meiner Kraft sichtbar machen zu wollen. Merke nicht einmal, wie sich mein Gesicht zu Grimassen verzieht. Die Komposition füllt mich auf mit Emotionen und streichelt meine Seele. Alles geht wie von selbst, dem Zeitgefühl enteilt. Die Teilnehmenden schauen mich jetzt direkt an. In den Augen sehe ich eine Veränderung, lese in ihnen mehr Sicherheit und Überzeugung, mehr Mut und Leidenschaft. Es kommt mir vor, als würden sie sicherer und überzeugter darin sein, welche Kraft in ihrem Körper und Geist schlummert. In der Einfachheit der Bewegung verlieren wir uns mehr und mehr. Alle Äußerlichkeiten, ob es die Kleidung ist, die wir tragen, ob wir uns zu dick, zu dünn oder zu alt fühlen, werden nach hinten gedrängt und Platz dafür geschaffen, uns nur noch auf uns selbst zu konzentrieren. Ich bin überwältigt von all den vielen Frauen und Männern, die für mich faszinierend aussehen. Wie sie sich individuell bewegen und ihre Kraft zum Ausdruck bringen. Noch einmal durchlaufen wir den Ablauf der Bewegungen. Anweisungen sind gar nicht mehr notwendig. Mit unbändiger Faszination und Leidenschaft atmen sie explosiv aus. Fühlen sich für diese eine Stunde wie Kriegerinnen und Krieger. Und für das allerletzte Mal haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Unsere Anstrengung, unseren Ausdruck, unsere Energie und wie ich es schon so viele Male bei den Maori erlebt hatte, unseren Atem schenken wir jemandem, der uns sehr nahe steht. Geben ihr oder ihm für diesen Moment alles, was in uns steckt. Und nach der letzten Bewegung, bei der wir explosionsartig unsere gesamte Kraft nach außen dringen lassen, sind wir plötzlich alle ganz still und genießen diese Ruhe. Und dieses besondere Gefühl, das sich durch den gesamten Körper zieht. Dieses Gefühl von Entspannung, das nach den vielen kraftvollen Bewegungen noch intensiver wahrgenommen werden kann. Dieses Gefühl von Freude und Stolz, das sich langsam befreit. Ich stehe da, in unserer finalen Pose und hätte noch ewig verharren können. Lasse mich in ihrem Beifall einfach fallen. Würde den Applaus gerne zurückgeben. Denn sie sind es, die die Philosophie von Aroa weitergetragen haben. Die mich darin unterstützt haben, nicht aufzugeben und an dem Traum festzuhalten, etwas Neues zu kreieren. Ein neues Ausdauerprogramm, das auch den Geist stärkt und der Seele ein Wohlbefinden bereitet. Ein Training, an dem jede Frau und jeder Mann teilnehmen kann, egal in welchem Alter oder Fitnessniveau. Dass es irgendwann einmal so erfolgreich sein würde, daran habe ich lange nicht geglaubt. Die Entstehung von Aroa, was aus der maorischen Sprache übersetzt Liebe bedeutet, ist einfach passiert. Ohne dass ich mich auch nur im Geringsten darum gekümmert habe, welche anderen Programme auf dem Fitnessmarkt existieren oder welche Marketingstrategien zum Erfolg führen können. Ich habe mich bei den vielen Entscheidungen hauptsächlich auf mein Gefühl verlassen. Habe immer erst dann etwas weitergegeben, wenn ich vollkommen davon überzeugt war. Wenn ich selbst die Bewegung und die Musik gespürt habe. Und das sollte bei der Entwicklung von Aroa auch zukünftig eine große Rolle spielen. Es gab viele, viele Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Aber das, was dieses Sportprogramm ausmacht, ist eher aus den Tiefen meiner Seele entstanden. Aroa hat viel mit dem Spüren von Bewegung zu tun und auch damit, wie sie sich auf uns auswirken. Es war ein langer und steiniger Weg bis hierher. Umgeben von der Natur und den vielen Menschen, die an diesem Tag zu der großen Aroa-Veranstaltung gekommen sind, schweifen meine Gedanken viele Jahre zurück an den Ort, wo ich inspiriert wurde und meine Seele heilen konnte. Wo alles begann. Das war meine Cauchyste.